Hallo, 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 meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Batman The Telltale Series Episode 1. Ja, wir sollen jetzt hier mit L die Türe öffnen, dann geht es hier weiter. Wir stehen jetzt hier vor dem Lagerhaus und treffen uns sozusagen mit dem, ja, Mann, der die Fest... mit dem Tauschpartner, der da... von der Tauschbörse, von der... Was rede ich hier für den Schmarrn? Ja, mit dem Typ, der die Festplatte haben will und ja, mal schauen, wie es hier weitergeht. Ist alles ziemlich ruhig hier, also es deutet alles auf einen Hinterhalt hin, für die, die den letzten Partner nicht mitgeschaut haben. Und ja, wir öffnen jetzt mal die Tür. Äh, die Tür, äh, die Tür, jetzt. Okay, da wurden aber die Leute ganz schön zugerichtet. Boah, da liegen ja noch Reihen rum, ey. Ja, inspiziere den Tatort nachbeweisen. Explodierte Menschen. Puh, menschliche Überraschung. Brandflecken. Brandflecken. Blutige Überraschung. Das Gegenstände mit Höhen markiert sind. Können mit zugehörigen Gegenständen verknüpft werden, um eine Verbindung zu theorisieren. Okay, verbinden. Beschreibung Brandflecken. Und wie kann ich das jetzt machen? Achso, man kann... Ah, hier die Verbindung dahin liegen, Brandflecken. Blutige Überreste, komplett zerrissen den menschlichen Körpers. Blutige Überreste, komplett zerrissen den menschlichen Körpers. Die Chemikalien selbst waren inert. Nicht explosiv. Es scheint, dass wir einen ziemlich großen Böhm gemacht haben. Ich will sehen, was ich wieder zusammenfassen kann. Wir haben ja die Brand-Explosionszentren. Wir werden uns das für weiter umschauen. Weiße Rose. Weiße Rose. Falcone ist calling card. He's been busy as of late. Send the drones hunting. I want to know his every move. Good thinking, sir. Okay, Toto Verbrecher. Zerkratztes Gesicht. Also ich finde die Batman-Figur, wie sie sich hier gemacht haben, auch sehr geil, muss ich sagen. Die sieht ja auch immer anders aus. Skylight Club. Dann machen wir hier noch einen. Ich bin zu ehrlich, um die Kugel zu finden. Oh, nein. Ich bin hierher-Kugel. Und wir sind ja auch nicht hinterher. Dosen zu finden. Moins Ende heißt, dass du hier stecken ein Böhm mit einem Böhm mit einem Böhm mit einem Böhm bezüglichen. Und zwar schon mal. Sollten zur Uhr. Noch irgendwas? Ach, die Gürtel, die Hände. Ist richtig was los hier. Darum liegt da noch einer. Gucken wir uns natürlich erstmal den ganzen Ort hier an. So, der Verbrecher. Und das suchen wir erstmal. Warte mal, wenn wir jetzt, ähm... Die Explosionen verbinden mit, meinetwegen mal dem da. Geht nicht, okay. Würde aber gehen mit... Nicht alle Gegenstände natürlich... Oh, die Fingernägel. Die könnten vielleicht sogar noch damit zusammenhängen, oder? Das töltet ja alles auf Scarecrow hin. Aber hier, das können wir nirgendwo verbinden mit irgendwas. Muss ja irgendwas noch im Raum sein. Was hier irgendwie... Ah, wir haben ja noch einen. Ich will noch nicht da hinten in diese Kisten reingucken. Den Explosionsherd können wir natürlich auch hier paletten. Also Nervengift, das klingt nach Scarecrow, muss ich sagen. Öffnen wir den mal hier. Ich meine, das Loch ist ja nicht da umsonst, ne? Tonnenstücke. Naja, dann wird es ja sicherlich... ...sicherlich... ...ja, eine Verbindung zu... ...ähm... ...der Kugel im Kopf haben, oder? ... Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. Well, I'm sure they didn't find that at a local gun store. It appears military. Jetzt haben wir noch diese Verbindung. Explosionszentrum. Gibt's ja gar nichts mehr. Oder gibt's noch was? Mittelpunkt der Explosion. Okay, wir haben schon ein paar Verbindungen jetzt geknüpft, aber... ... jetzt fehlt uns natürlich... ...kann wir denn da hinten hoch noch? Da hinten ist doch noch ne... ...naja, kommen wir auch nicht rein. Mit bloßer Hand zu kratzt, das sind doch wieder Halluzinationen von irgendwie... ...ja, wie ich schon sag, von dem Nervengas. Das klingt mir auch so danach. So, was haben wir denn hier noch gehabt, jetzt gerade? Da war doch gerade noch was. Alter! Tonnenbruchstück, das war das. Was sehe ich denn hier jetzt irgendwas? Übersehe ich hier irgendwas? La 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 la. Wie gesagt, da oben liegt ja auch noch einer, aber... ...den kann man irgendwie nicht... ...hier hin, da komme ich auch nicht. Jetzt habe ich ja die Verbindungen. Bitte hießt es das mit hier verbinden, oder? Mittelpunkt der Explosion. Ist hier oben noch irgendwas? Oder ist das jetzt hier oben, ist hier wieder raus? Nee. Aber was fehlt uns hier noch? Wir haben hier nicht... Ach, nicht verbrannte Fläche. Nicht verbrannte Stelle. Kann ich die jetzt mit dem hier verbinden? Das ist doch ganz schön, oder? water someone drove off after the explosion have you put it together? yes Falcone leaving his rose here this is a message dead cops, stolen chemicals Er macht eine große Bewegung. Ein von den Snipern hat ein Kanister mit einem Inzendiary-Bullet, um es zu superheben und explodieren. Das könnte ein Verständnis sein oder ein Weg zu zerstören. Die Körner verabschieden, um die Verabschiedung zu verhindern. Falcone's Mann hat ihn verabschiedet. Die Verabschiedung hat ihn verabschiedet. Dann, die Verabschiedung zu verabschieden. Wahrscheinlich wegen der Psychoaktive Nerve-Agent. Ein Körner verabschiede ein Merck mit seinen Händen. Und wurde verabschiedet. Gleiches Snipern, gleiches Art von Bullet. Er sieht, wie Falcone's Mann hat was sie wollen, und sie verabschieden. Was ist das? Haben Sie den Körner verabschiedet? Nein. Aber based on two impact trajectories. Der Kanister und der dead cop. Der Körner könnte nur einen klaren Schuss von dort, dort oder dort haben. Und würde sich mit dem Phosphorus-Residu verabschieden. Programm die Skimmers, um diese Signature zu verabschieden. Gleiches, Sir. Hm. Logalisieren sie den Scharfschützen. Okay. Ähm. Geh mal da ein. Ja, dann. Spuren suchen. So. So haben wir hier nichts. Dann. Ich denke nicht, dass es da war. So. 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 So haben wir hier nichts. Schönes Gerät. Hier sind die Phosphorus-Spuren. Ich sagte doch, da war auch. Hab mich schon geahnt. Coole Sachen, die der da hat. Spuren radioaktiven Rückständen. Das ist der richtige Ort. So. Woher ging er? Spuren, ja. Dann ist er hier. Dann sollte er nahe sein. Ich habe ihn gefunden. Zeit, um zu arbeiten zu gehen. Sie sind zu machen. Mein Hinblick auf. Ich mache mich ansprig auf deinen Geist. Er. Nein, Kony! Warum hat er das gemacht? Ich habe nicht was dazu gesagt. Hab ich mich nicht darüber vor? Ich habe nicht mit mir reden können. Ich habe dir etwas nicht zu treffen. oder bett man finde ich echt cool ich bin ich zu reden geben konnte Du wißt du, dass du zu sterben kannst, ohne zu spüren. Alles auf der Mitte. Gib mir das Plan. Oder ich beginne zu spüren. Wenn du mich schraubst, schraubst! Gib mir! Die Katzein-Geräusche... Die Katzein-Geräusche... Wir haben uns selbst gefunden. Die Katzein-Geräusche... Niemand muss uns aufhörten, die die Katzein-Geräusche... Wir haben keine Bezüge. Wir haben keine Bezüge. Wir haben eine Verkaufung mit der G-CPD-Geräusche. Einige Kämikäle. Falcone will sie. Was sind die Kämikäle? Wir haben sie gebraucht, nicht Fragen. Die Katzein-Geräusche. Ich beginne hier. Und weiter zu spüren, bis Sie antworten. Die Kämikäle! Eine Art von Explosive! Eine Kämikäle! Ich weiß nicht! Falcone sagte, er würde sie benutzen. Sie benutzen? Woher? Das ist alles, was ich weiß! Ich versuche! Ich versuche! Ich habe dir alles, was ich weiß! Du bist ein Tier! Ich habe keine Ahnung. Warum ich jetzt verschwinden gemacht habe? Ich habe keine Ahnung. Ja, was heißt zu weit gegangen? Ich hab mich ja nicht getötet. Man hätte ja doch zu weit gehen können, aber das haben wir ja nicht gemacht. Wir waren ja trotzdem, äh, wir sind ja trotzdem lieb. Ich hab mich nicht getötet. Aber du bist nicht ein Tier. Ich hab mich nicht getötet. 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 Was passiert, das ist nun mal passiert. Und da würde ich jetzt sagen, beenden wir hier mal wieder diese, diese Folge. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.